Ein größerer Flächenbrand zwischen Warmsroth und Wald-Algesheim beschäftigte am Samstag, dem 8. Juli 2023, die Feuerwehreinheiten aus Warmsroth, Dachsweiler und Stromberg. Wegen der raschen Brandausbreitung entschied sich Wehrleiter Bernhard Schön, der zugleich die Einsatzleitung innehatte, dazu, sehr schnell die Feuerwehren Wald-Algesheim sowie mehrere Tanklöschfahrzeuge umliegender Gemeinden zur Einsatzstelle hin zu beordern. Denn schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer über das Feld auf ein angrenzendes Wäldchen hin ausgebreitet. Durch den gemeinsamen Einsatz von über 80 Einsatzkräften in der Spitze gelang es jedoch, den Brand sehr schnell unter Kontrolle zu bringen und damit eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa zwei Stunden beendet.